hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren folge hier bei der Karte von Thüringen LAS 19 wir werden gleich mal den Stahl geputzen, da wollen wir mal starten und dann absäcken und putzen mal ganz kurz hier, das dauert lange und dann geben wir gleich mal den Tieren auf Wasser auf Hof 1 auf Hof 1 der Stahl muss geputzt werden, die anderen sind nicht so extrem Mistik, da wird nicht Mistik, so wie Stroh, achso Wasser, Wasser vom anderen Ende, hier sind ja meine männlichen Tiere da sind noch einige schon schlachtreif, aber ich werde erst später den benutzen gut hier gab es hier ein Update, jetzt kurz hilft mir auch mal, so eher, so nehmen wir ein bisschen verschieben, trotzdem kann er hier so bleiben so, ok, den drehen wird rum, obwohl hier auf durch den Elektrozaun, das wollen wir da auch nicht machen, ne sehr äußerst ungünstig wenn die Rinder des ständig einen Stromschlag kriegen, nur weil sie mal trinken wollen, ne genau, er auch so, Zauberhand, so, das haben wir so erledigt, dann machen wir es kurz bestätigen, bestätigen, so, jetzt können wir ganz kurz aufdrehen Futter war hier auch, mal gucken, ja, Futter habe ich noch nicht hier jetzt, aber ich glaube hier war noch genug Futter ist genug da, Sauberkeit haben wir gerade gemacht und hier ist Wasser ist voll und Futter ist auch voll Sollte normalerweise, Klee-Silage, Luzerne, ja, haben wir eh nicht, aber Heu und Heupalatz oder Meiss-Silage, Kreiss-Silage, typ isoliert normalerweise müsste hier, ja, mit Mischfrutter was sein, aber gut, dann gehen wir jetzt mal gleich in Richtung Feld Nr. 10 dazu lasse ich ihn weiterfahren, und zwar Gersteaufsaat das macht er ganz gut, springen wir zum nächsten und hier mal gleich mal Verband einstellen und zwar Weizen, 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 ist richtig? Kurzgenerierung, Feldnummer 37 Einmal wird, denke ich mal zu wenig, selben kurz wird darüber weiter. Zurück das ist das erste, den machen wir auf links dort Kuss,ORT und kann Hier machen wir den ersten Wegpunkt, Speichern, Feld, 37, Haus, Saat, G3, fahre 2, ja eigentlich geht er dann. 15, da geht nicht mehr. Dann muss 2F reichen oder FA, weil sonst irritiert wird mit Feldverbindung. Also hier für Feld und Fahrzeuge für F ist ungünstig. Also FA, Feld für Fahrzeuge und Arbeitsbreite 15 Meter. Falls ich mal später mal andere Fahrzeuge haben sollte, man weiß ja nie. Speichern. Hier machen wir aktiviert, ruhig ein bisschen mehr. Noch mal 200 Meter. Wir klicken hier. So. Gut. Dann. Einsteigen. Nächsten. Da brauchen wir nur kopieren. Darum muss ja nur einer sein. Hier genau der. Kopieren. Ersten Wegpunkt. Und dann bist du rechts. Passt. Hier machen wir auf. Passt. Aktivieren. Und hier machen wir auch 200 Meter. Und dessen können wir nicht mal erst mal starten. Einsteigen. Und dann können wir den zweiten Rehe aller Ruhe mit der Meter einstellen. Und dann können wir den zweiten Rehe aller Ruhe mit der Meter einstellen. Und dann können wir den Abstand. Und dann können wir das so wie aufhält. Und dann können wir die Fahrzeuge irgendwann zu dicht zusammenkommen. kurz einstellen dann muss er kurz laden wo willst du jetzt hin? dass ich jetzt zwei kurse drin hatte jetzt kann das sein mal löschen kopieren rechts einstellen jetzt bin ich befragt ja, mal lassen laden wir hier raus also Ernte, nee, Aussaat Feld, Feld, 37 47, 38 das ist eigentlich richtig nochmal wo wir sie normal plus das feige ich aber vom Punkt gleich hin also ich wollte auch noch nicht so viel Vorsprung lassen wir werden mich genau hier vorne anfangen toll ersten Wegpunkt einstellen ich glaube es auch gar nicht wie soll das denn nicht? jetzt war alles korrekt eingestellt rechts deaktiviert aktiviert aktiviert ich gehe mal hier an die Sache äh, B, ne? dann müsste eigentlich hier normalerweise den Punkt jetzt aufhören das verstehe ich jetzt nicht ersten Wegpunkt ein bisschen arbeiten oder so aber oder ist hier was anderes das ist eigentlich Das ist eine Bild das ist eine Bild Okay. So, mal schauen, ob er jetzt hinfährt. Ja, da will er an der Bahn anfangen, also in der Feld rein. Ja, mit drinnen. Dann mal einen anderen Plan. Entlassen. Dann machst du links und am ersten Wegpunkt nochmal. Klingt jetzt verrückt, aber ist halt so, ne? Dann welche anderen umändern, ne? Nicht jeder macht, was er soll, ne? Das war ja anders als geplant, wie schnell das läuft, ne? Ja. Ich darf er... nicht lassen. Dann kommst du auf rechts. Ja, der macht jetzt aber gleich hier was anderes. Gut. Nicht gut. Mal sehen, wo er hinfahren will. Dann machst du rechts weiter. Ne, wär Quatsch. Jetzt macht er rechts. Na ja, wenigstens etwas, oder? Dann lassen. Dann muss er zumindest da fahren, ne? Oder links. So. Ne. 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 Gehen zum nächsten Luzerne. So. Ersten Wegpunkt. Richtig. Na. So. Das ist Feld 41. Ihr glaubt nachher welchen anderen Acker, nachher mal ganz kurz korrigieren. Also. Das bringt dir jetzt nix. Äh. Ein Fahrzeug. Kurz generierung. Zurück. Und. Einstellen. Das ist Feld 41. Äh. Da. Aussaat. Geht. Geht. Breite. 15. Meter. Speichern. Gute Frage. Das habe ich gespeichert auch nicht. 41. Äh. Doch. Hab ich. So. Der macht Luzerne. Und wir gehen mal ganz kurz. Tracking muss ich mal wieder einstellen. Hier. Soll er flügen. Mit dem Helfer. Ganz so einfach. Start. So. Schafft er schon. Geht bergauf. So. Mal gucken. Hört sich gut voran. Und hier ist ein bisschen Chaos. Na gut. Hier werde ich nacharbeiten müssen. 41. Fährt die erste Runde. Aber das passt. So. Aussaat. Pflügen. Und hier werde ich sehen. Auch in der Nacharbeiten müssen. Das wird garantiert spannend. Aber gut. Äh. Irgendwas wollte ich noch machen. Schaut mal kurz durch. Mit dem zweiten dazu. Und dem zweiten Pflüge. Mit dem zweiten Pflug. Das ist er nicht. Aussaat. Ja. Das ist ganz komisch. Ah. Das mache ich anders hier. Das ist mir jetzt so blöd. Weil das ist mir jetzt. Das mache ich jetzt anders. Löschen. Kurzgenerierung. 37. 1. 2. Kurzgenerierung. Zurück. Da lassen wir einmal jetzt arbeiten. Das ist jetzt ja auch nichts. Das speichern wir nicht ab. Dann fahren wir den zum anderen Feld. Können wir hier hinfahren. 42. Ganz gut. Da wollte ich Mais reinbringen. Dann bleibt nur die 42 und die 47. Aber der ist schon ziemlich leer. Hier werden wir auftanken. Also mit Saatgut. Sonst haben wir ja da ein bisschen Probleme. Denn. Ja. Das geht nicht so. Warum wir sie auch nicht. Gab dort einen Patch. patch und das ziel wieder von sein der 1.7 päckchen und kommen heute vorbereitung für die lati für für die erweitere neue karte alpine landschaft und land der landwirtschaft landschaft und mit vielen neuen geräten von pödinger was ich mir persönlich auch zulegen würde in der ballenpresse die ballenpresse hat ja diesen vorzug dass man das auch aufhängen also prinzip da wo jetzt viel gefälle ist dass die ballen die weg wollen die legen die ball nämlich um das habe ich vor soll ich war das auch schon heute gewesen sein schon leicht überzogen macht nichts jeder mal schützen und schönen dank fürs reinschauen ja morgen geht es hier weiter wie sehen wir da aus auf feld nummer 37 10 und 42 41 und die 42 machen wir jetzt gleich ja dank fürs reinschauen